Das bin ich, Bijan, der Normal in der Klasse. Bis heute jedenfalls, denn heute geschah etwas sehr merkwürdiges. Und das ist meine Klasse. Das ist unsere Lehrerin, Frau Nicoloc. Sie ist ein richtiges Miststück. Das ist da dran. Er schiebt gerne, Arte. Das ist Typhoon. Der, der... Über ihn gibt es nichts zu sagen. Ist immer sonntags dran, Leute. Das ist Rachel, die Sportlerin in unserer Klasse. Das ist Molly. Sie lacht und ist genauso wie Admirer. Man könnte sagen, sie sind Zwillinge. Das ist Ronja. Sie ist in ihrer eigenen Welt. Kurz gesagt, sie ist ein Freak. Ey, Junge, Dicken. Ich hör bei Gott, ne, Wallabilla. Ich hatte letzte Woche zum Treffen, ne, und hab mir jetzt ein neues Chick geklärt. Weil mein Kollege hat so richtig... Guck mal, wie aussieht die. Richtig heftig, ne, aber du weißt selber. Oder das ist gar nicht. Guck dir mal meine Chicks an. Ey, Junge, die sind so heftig, ne. Ihr habt doch eh keine Chicks. Das ist Eamon. Der möchte gut aussehen. Das ist Furkan. Der bringt uns gerne zu machen. Das ist Eicheno, die Streberin in unserer Klasse. Und dann geschah das Merkwürdige. Ich wünschte mir, dass alle so wären wie ich. Ich wünschte mir, dass alle so wären. Warme mit vielen. Ciao. Ich wünsche dir. Da mache ich dich. Ich wünsche dir. Ich wünsche dir. Hä? Was ist denn hier los? Was ist mit den anderen passiert? Ihr blöden ***, könnt ihr nicht so wie vorher sein? Nicht so wie ich? Digga Bijan, was ist los bei dir, Mom? Ey Bijan, was ist denn los mit dir? So kenne ich dich ja gar nicht. Boah Bijan, ich kenne dich auch nicht so plötzlich anders oder was? Nee! Oh hell yes! Oh wow! Yes, yes, yes! Nein, nein, lass gehen! Endlich! Oh ja! Ich sehe es überhaupt nicht. Ich sehe es okay normal. Das in die Box war noch nicht dies! Und das in die Box war je succeed! Vielen Dank.